Ich will Politik für euch machen und das Wichtigste dabei ist zu verstehen, was euch bewegt, was ihr von mir erwartet, was ihr von der Politik erwartet. Das Wichtigste dabei ist miteinander reden, zuhören, ins Gespräch kommen. Leider kommt ja selten mal einer von euch bei mir im Bundeskanzleramt vorbei, also habe ich mir überlegt, wie lösen wir das Problem. Und ich habe eine gute Idee gehabt und mir gedacht, ich komme einfach bei euch vorbei, zu Hause. Wird sicher ein großer Spaß und habe mich deshalb entschieden, euch heute die Pizza zu liefern. Weltklasse Pizza! Bitte, Schluck rechts bitte! Ja! Da ist die Pizza! Wow! Ich hoffe, es schmeckt! Ja, bestimmt, danke sehr! Darf ich reinkommen? Ja, bitte! Hallo! Hallo, Servus! Nein, aber ich wollte mir nicht plaudern, weil wir gedacht haben, es ist eine gute Gelegenheit, um Leute kennenzulernen. Gerne! Und ein bisschen zu hören, was ihr von der Politik erwartet, was wir für euch tun können. Ja, klar! Ist das stressig oder wie geht es dir damit um? Also mehr Zeit könnten wir nicht noch mit Arbeit verbringen, also es wird schon knapp. Es wäre schon schön, ein bisschen mehr Zeit für die Familie zu haben. Ich würde schon was machen. Ich würde zum Beispiel die Familienfreundlichkeit von Betrieben mehr forcieren und würde mir wünschen, dass die meine Pflicht genommen werden. Hallo! Pizza! Hi! Du interessest dich für Politik? Ja, schon. Zwingend. Hast du Tipps für mich? Ja, ein bisschen überraschen. Pizza müsste schneller kommen, genau. Wenn es jedes Mal vom Bundesfernseher kommt, das natürlich auch nicht. Grüß Gott! Neuer Pizza-Bote! Ich wollte es überraschen. Ist gelungen! Migration und Ausländer ist ja nicht das Thema der Gegend bei Ihnen. Ja, schon. Aber wir haben keine Probleme. Nein, ist gut. Ich finde es groß. Die Stadt ist schon. Ich bin nicht nur groß, sondern hat viele, viele Menschen verschiedenster Herkunft. Ich bin auch aus der Rolle, nicht? Das war ein wirklich guter Abend für mich. Ich habe viele Menschen kennengelernt, ihre Geschichten gehört, verstanden, was sie sich von der Politik erwarten, was ich für sie tun kann, damit sie ein glückliches Leben in Österreich führen können. Ich habe auch gelernt, dass es gar nicht so einfach ist, einen Abend lang Pizza auszuführen. Das ist ein harter Job. Das Glück ist, wenn man so freundlich aufgenommen wird wie ich, dass man dafür viel zurückbekommen hat an diesem Abend. Trinkgeld war auch nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Aber worum es mir jetzt geht, ist, ich will gemeinsam mit euch einen Plan entwickeln, um unser Land besser zu machen, gerechter zu machen, um aus Österreich ein Land zu machen, wo jeder seine Chance hat. Dafür brauchen wir eine starke Mittelschicht und dafür brauche ich eure Unterstützung. Zum Glück her! Zwei